Musik Ja, reden wir über die neue Tissot T-Touch Connect Sport. Ich trage sie nun seit zwei Wochen, ich habe reichlich Erfahrungen damit, aber erst schaffen wir mal das aus der Welt, was die Leute vermutlich am dringendsten wissen wollen. Nein, wer eine Smartwatch mit allem drum und dran haben möchte, greift besser zu einer Apple Watch, zu einer Samsung Uhr, zu einer Google Uhr und so weiter und so fort. Wer eine Fitnessuhr möchte mit allen Metriken, Gesundheitsdaten, Trainings, Body Battery und all dem Zeugs, der greift besser zu einer Garmin. Und wer gerne eine Uhr hat, die ausschaut wie eine normale Uhr, halt mit Zeigern, aber dann doch gerne auch Schlaftracking und Bio-Sachen haben möchte, greift besser zu einer Withings. Aber wer sehr, sehr gerne eine Uhr haben möchte, die halt ausschaut wie eine normale Uhr und so ein ganz bisschen Zusatzfunktionen, der wird daran sehr viel Freude haben. Die natürlich auch. Nein, die Tissot T-Touch Connect Sport macht genau, was sie soll. Man muss einfach wissen, was sie alles macht und was sie alles nicht macht. Ich zeige euch mal, wie man sie bedient. Ich finde die Bedienung großartig. Das hat mich immer ein bisschen gestört an der ersten Generation der Tissot Connect. Die war so kompliziert zu bedienen. Man muss ja immer wissen, was man wo drücken muss. Dann wissen wir wie bei den Garmin-Uhren, wo man auch hin und wieder googeln muss, wenn man nicht mehr weiß, wo jetzt der Kompass ist und solche Sachen. Die Bedienung ist wirklich gelungen. Da haben sie wirklich im Volltreffer gelandet. Wir aktivieren das Display. Das Display ist nur da unten so klein. Schaut mal. Standardmäßig habe ich eingestellt, dass man die Schritte sieht. Kann man hier durchwischen. Kriegt die wichtigsten Metriken angezeigt. Kann die auch einstellen, wenn man möchte, wieder zurück. Wenn man rüberwischt, hat man die Einstellungen ganz, ganz basic. Zurück. Hier haben wir die Stoppuhr. Hier haben wir noch den Timer. Fertig. Und wenn wir ein Training starten wollen, wischen wir nach unten. So. Da haben wir Laufen. Irgend ein allgemeines Training. Fahrrad fahren und, was ich jeweils mache, wandern. Und wenn man zurück möchte, legt man einfach wieder die Hand drauf und das war's. Das sind die Funktionen, die man auf diesem kleinen Touchscreen einstellen kann. Natürlich, hier werden Benachrichtigungen angezeigt, aber ihr könnt euch ja denken, auf diesem kleinen Display sieht man nicht so wahnsinnig viel, aber es reicht. Man sieht, wenn jemand anruft, man sieht, wenn jemand ein SMS geschrieben hat. Man muss halt ein bisschen schlau sein und seine Benachrichtigungen eh schon triagieren auf dem iPhone oder auf dem Android Handy, was damit verbunden ist. Ich hatte es jetzt mit dem iPhone genutzt. Da habe ich eh nicht viele Benachrichtigungen. Darum ist es relativ dezent, was hier auf der Uhr angekommen ist. Man muss natürlich nicht meinen, man könne dann damit einen Anruf beantworten oder zurückschreiben, wenn jemand anruft. Nein. Oder wenn jemand ein SMS schreibt. Nein, das geht natürlich nicht. Selbst wenn man einen Wecker stellen möchte, muss man nicht so in die App. Ich zeige es mal schnell da, die T-Touch-Connect-App. Mal schauen, ob ich den Wecker wieder finde. Ich glaube, auf dem Dashboard ist er. Ja genau, nächster Alarm ist es. Da kann man die Wecker einstellen. Und was leider auch nicht funktioniert, die Uhr kann einem aktuell noch nicht leise wecken. Ja, sie hat einen Vibramotor drin, der ist gar nicht mal so schlecht, aber am Morgen, wenn halt der Wecker losgeht, pfeift sie auch. Ich habe mich schon erkundigt. Das kommt dann mal mit dem Update. Da merkt man, die Uhr ist noch relativ früh im Zyklus. Da kommt sicher noch das eine oder andere per Update hinterher. Aber man sieht, jetzt ist eine Benachrichtigung gekommen. Und weil ich bei Threads noch nicht so streng bin, zeigt es jetzt an, dass mir da jemand auf Threads folgt. Folgt ihr jetzt? Löschen, ja weg. Schrupps und die Zeiger drehen wieder zurück. Nein, sie ist wieder da. Ah, er hat geantwortet. Ah, er hat auch gleich geschrieben. Und auch wieder die Hand drauf und weg ist. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Wenn man nicht mehr weiß, wo man ist, ist es wie bei der Apple Watch. Einfach Hand drauf, kurz warten und man ist wieder zurück. Hier hat sogar eine feine Vibration, die einem sagt, dass man zurückgeht. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Nein, die Bedienung ist insgesamt sehr, sehr gut, der Uhr. Oh, und ich sehe gerade mit Schrecken. Ich habe da unten ein Kleberli vergessen. Das ist schon ganz abgewitzt, weil ich es die ganze Zeit getragen habe. Das habe ich auch übersehen. Meine Güte, war ich schluffig beim Unboxing. Das habe ich jetzt die ganzen zwei Wochen auf dem Arm getragen. Ich habe ein schnelles Unboxing gemacht, weil die Uhr kam nicht in der finalen Verpackung. Da habe ich einfach für YouTube Shorts ein schnelles Video gemacht, die Uhr gezeigt, wie ich sie ausgepackt habe. Und dann habe ich sie angezogen und dieses Kleberli nicht gemerkt. Meine Güte, das dürfen wir auch nicht weitererzählen. Ich habe die ganze Zeit diesen Plastik ringt. Dafür sieht sie jetzt immer noch ziemlich sauber aus. Hier unten seht ihr eben auch den Pulssensor, denn sie hat die Lademöglichkeit. Das muss ich an der Stelle auch sagen, ich habe sie halt im ganzen Test nie geladen. Weil das ist der große, große Vorteil von diesen Tissouren. Die halten einfach ewig. Wir können mal schauen, wie viel Akku ich noch habe. Das sieht man nämlich auch in der App drin. Der Akkustand. Die hält locker noch mal Monate. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen, dass da der Akku irgendwann unerwartet ausgeht. Die Uhr kann halt relativ wenig und darum hält der Akku ziemlich lang. Das ist der Trick an der Uhr. Und was sie halt eben auch hat, das kann ich aber nicht beurteilen, wie viel das bringt, das Zifferblatt ist wirklich eine Solarzelle. Alles, was nicht Display ist, ist Solarzelle. Und, was wir noch nicht besprochen haben, ist die Größe. Ich finde sie wirklich unglaublich bequem zu tragen. Sie ist eine sehr, sehr bequeme Uhr. Die Größe ist für meinen Arm genau ideal. Das Vorgängermodell, die T-Touch Connect, hieß die ja, glaub ich nur, die war deutlich grösser und die habe ich nicht sehr gerne getragen. Die hier ist wirklich super tragbar. Wie gesagt, die Vibrationen, die drin sind, es ist auch so ein Vibramotor. Es ist nicht wie bei der Apple Watch, wo es wirklich super präzise aufs Handgelenk klopft, aber es ist sehr, sehr gut eingestellt. Da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben. Nicht wie bei Garmin, wo es hin und wieder ganz schlecht ist und manchmal aber super dafür. Also hier ist es konstant nicht störend, aber auch nicht perfekt. Also man könnte es verbessern, aber es ist okay. Ansonsten, das Design der Uhr ist unaufgeregt, ein typisches Tissot-Design. Viele Leute haben gesagt, oh, dieses Orange ist jetzt auch nicht mein Lieblings-Orange, was das Armband angeht, aber ist völlig okay. Was ich ein bisschen schwierig fand, ist das Ablesen der Zeit, weil die Zeiger nur vorne weiß sind und ansonsten skelettiert. Also nur ein Rahmen, dass halt das Licht auf die Solarzelle geht, ist die Uhr nicht so einfach abzulesen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber es ist halt sehr, sehr viel schwarzer Zeiger auf schwarzem Hintergrund. Aber dass man die Solarzelle nicht als solche erkennt, ist schon, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Wirklich eine tolle Leistung. Und, ja, eben, ihr habt es gesehen, jedes Mal, wenn man das Display haben möchte oder wenn eine Benachrichtigung kommt, hüpfen die Zeiger aus dem Weg. Und das ist so cool gemacht, das schaue ich wirklich gerne an. Das Problem ist ein bisschen, hin und wieder passiert das, auch wenn die Uhr unter dem Pullover oder unter der Jacke ist, und dann hört man es dann, dann macht sie weiß so, weil es halt ein bisschen surrt, wenn die Zeiger da die Runde drehen und Platz machen, dass man aufs Display sieht. Nein, aber, das finde ich wirklich das große Highlight. Diese Idee mit dem Display ist unglaublich toll. Mein Problem damit ist einfach, ich wünschte mir, es könnte viel, viel mehr. Jetzt, wo ich die Uhr so gut bedienen kann, steigen sofort meine Ansprüche. Ich hätte noch gern dies und gern das. Allen voran natürlich die Bezahlfunktion. Das habe ich schon bei der letzten Tissot kritisiert. Das kritisiere ich jetzt natürlich auch wieder. Das finde ich so schade. Die Swatch-Gruppe, zu der Tissot ja gehört, die hat eine wunderbare Bezahllösung mit Swatch Pay. Warum darf Tissot das nicht nutzen? Warum kann Tissot das nicht nutzen? Warum will Tissot das nicht nutzen? Das wäre doch so aufgelegt. Das braucht nicht viel Strom. Das kann man da einfach locker reinmachen. Und dann hätten sie doch ein Alleinstellungsmerkmal. Weil so ist es wirklich eine Uhr, die ein bisschen smart kann, aber eben nur sehr, sehr wenig. Ich habe den Verdacht, das schränkt das Zielpublikum dann halt schon ein. Leute, die Sport machen, werden eher zu einer Garmin greifen. Leute, die Fitnessdaten und Biodaten haben wollen, werden eher zu einer Withings greifen, die da ein bisschen mehr bietet. Und Leute, die eine Smartwatch wollen, werden dann halt eher zu Samsung, Apple, Google und Co. greifen. Weil natürlich, sie kann auch Tracking. Ich habe heute Morgen auch wieder meinen Spaziergang getrackt. Wo haben wir ihn? Aktivität da. Wandern. Ich habe es Wandern genannt. Da sieht man es. Ja, ich muss da die Karte ein bisschen wegmachen. Aber hat oben auch eine Karte, weil es hat schon GPS. Aber ihr müsst ja nicht unbedingt sehen, wo ich da genau durchgelaufen bin. Da hat man dann alle Daten. Man hat auch seine Pulsdaten und alles. Also das funktioniert schon. Sie sind einfach sehr, sehr sparsam, was das Auswerten von Daten angeht. Weil halt die Uhr nicht allzu viel erfassen möchte, weil sie Strom sparen muss. Und Tissot natürlich auch nicht der Experte in Biodaten ist. Also, ja, das muss man sich einfach drauf einstellen. Aber ansonsten, ich finde es wirklich eine ganz, ganz gelungene Uhr. Und vor allem diese Idee mit dem Display da unten im Solarzellenzifferblatt drin, finde ich sehr, sehr gelungen. Also das hätte ich gerne bei anderen Uhren auch. Ich finde, das ist jetzt wirklich eine Variante, die man auch anderen Leuten zumuten kann. Bislang waren ja die T-Touch-Modelle von Tissot eher so ein bisschen was für technikbegeisterte Uhrenfans. Und sagen wir es mal so, Leute, die sich auch die Mühe gemacht haben, das Handbuch zu lesen und zu schauen, was wo ist. Hier braucht man kein Handbuch. Ich habe ja kein Handbuch gelesen. Ich kann es einfach. Bei der letzten Tissot muss man schon überlegen, welches Touch-Feld muss man jetzt drücken, wenn man was möchte. Und dann ist man wieder irgendwo anders hingehüpft und zwar kompliziert. Jetzt ist es wirklich einfach. Also die große Innovation für mich an dieser Uhr ist wirklich dieses A, elegante und B, intuitive Touch-Feld, das man wirklich einfach ohne einen Abschluss in Computerwissenschaften bedienen kann. Aber wie gesagt, die Uhr kann nicht wahnsinnig viel. Das, was sie kann, das kann sie, aber man muss wirklich wissen, was sie halt kann, sonst ist man danach enttäuscht. Haben mir nämlich auch schon Leute geschrieben, ich habe mir die sofort gekauft, aber das geht ja nicht und das geht nicht. Ja, nein, sehr, sehr viel kann die Uhr wirklich nicht, aber das, was sie kann, das kann sie. So, und falls ihr wissen wollt, was sie sonst noch kann oder ich irgendetwas vergessen habe, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Ich beantworte das sehr, sehr gerne. Ich bin da wirklich gespannt drauf, aber jetzt muss ich die eh wieder zusammenpacken. Und zurück nach La Chotte-Formus, ich glaube. So, also wie gesagt, Fragen immer her damit, was das Video gefallen hat. Daumen nach oben, falls ihr findet, dein Ring kann sogar mehr als diese Uhr. Ja, ich teste da den Ultra-Human-Ring, der ist wirklich auch sehr, sehr spannend, aber der hat halt nur 6 Tage Akku und ist sehr, sehr groß und funkelig und keine Uhr. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.